Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute haben wir wieder ein paar Informationen für Sie bereit, denn Sie wissen ja, das GOP Mittwochstudio ist jede Woche neu. Heute geht es um Midegemüsekonserven, um ein feines Morgen und dann haben wir noch eine Information für alle Hobbyfotografen. Bei den GOP Produkten sind Sie immer gut im Bild, zum Beispiel bei den Midegemüsekonserven. Hier können Sie nämlich die genaue Zusammensetzung und den Nährwert ablesen. Das sind Informationen, die nur GOP Ihnen bieten. Dank diesen genauen Nährwertangaben können Sie auch die Ausgewogenheit Ihrer Ernährung so selbst kontrollieren. Strenge Kontrollen vom GOP Labor garantieren die erstklassige Qualität der Midegemüsekonserven. Schon das Saatgut wird durch einen speziellen Versuchsanbau sorgfältig ausgewählt. Und die GOP Labor Kontrolle garantiert, dass das Gemüse aus gesundem Boden erntefrisch in die Mide-Dose kommt. Gerade jetzt läuft bei GOP eine Grossaktion, in der Sie sechs verschiedene Gemüsekonserven zu unglaublich günstigen Preisen bekommen. Und natürlich mit der sicheren Qualitätsgarantie von GOP. Jetzt hätten wir Ihnen noch einen aktuellen Hinweis von Frischgemüse. Rüebli, der grosse Vitaminspender. Profitieren Sie von diesem reichhaltigen Angebot dieser Woche. Und jetzt kommen wir zu den Kurzinformationen über weitere aktuelle GOP Angebote. Ein gutes Morgen gibt auch einen guten Tag und da hat GOP alles, was es dazu braucht. Erstklassige Markenprodukte wie der knusprig frische Roland Zwieback. Der fruchtige Granini-Orangenektar. Die verschiedenen Midi-Konfitüren. Die knusprig geröstete Kellogg's Cornflakes. Der Floralp Vorzugsbutter. Der feine Gerber Doppelrahm-Kräse. Und die stärkende Overmaltine. GOP hat auch eine Neuigkeit für alle Kaffeeliebhaber. Der kräftige Bohnenkaffee Exzellento. Und der milde Bonsoir ohne Koffein. Beide gibt es jetzt bereits gemahlen mit einem Jahr Röstfrischgarantie, dank der speziellen Vakuumverpackung. Und hier noch eine Mitteilung für alle Hobbyfotografen. Profitieren Sie von Qualität und Preis beim GOP Fotoservice. Wenn Sie morgen einen Farbfilm zum Entwickeln bringen, können Sie bereits die fertigen Farbbilder am Samstag abholen. Und jetzt gehen wir wie jeden Mittwoch in die Studioküche zum GOP-Rezept der Woche. Grüezi miteinander. Diese Woche gibt es im GOP-Hit-Angebot unter anderem breite Gala-Frischeiernudeln. Und dazu habe ich Ihnen ein ausgezeichnetes Rezept. Nudeln nach Emmedaler Art. Die Sauce wird wie folgt zubereitet. Im aufgewärmten Rahmen schmelzen wir den Käse. Der ist jetzt hier schon drin. Den Anken in kleinen Portionen dazu. Wenn er ganz geschmolzen ist, die Sauce langsam über die Nudeln gießen. Das Sprint drauf. Mit weissem Pfeffer würzen. Und das Ganze locker untereinander mischen. So. Und jetzt kann man schon am Tisch sitzen. So diesen Nudeln nach Emmedaler Art. Ein recht guter. Ja, das ist eine wehrschaffte Nacht. Wir danken, dass Sie für uns Zeit gingen und wünschen noch einen schönen Abend. Und achtet Sie jetzt noch auf die Aktionen. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop 500 Gramm Bonjour Pflanzenmargarine mit 10% Butter für 2,60. 500 Gramm Bonjour Pflanzenmargarine ohne Butter für 2,30. 2 Dosen Katzennahrung KittyCut für 2,20. 1 Dose Hundenahrung Matzinger für 1,25. 1,5 Kilo Hundenahrung Frohlig für 4,20. Und noch morgen über Monat am Samstag ein Tiroler Cake statt 3,60 für 2,90. 1 Kilo Bananen für 1,70. Auf Wiedersehen bis nächsten Mittwoch.